so ist der oben oder unten das waren die tata geschichten leute aber ich glaube ich bin nicht falsch gab es irgendwie unten drunter ok dann halt nicht so was wollte ich machen neuer ansehensauftrag erkundungsbelohnung naja das wollte man nicht machen wir wollten wir machen erst dailies machen schnell dailies sonst haben wir es vergessen die tata geschichten gehen tatsächlich ein bisschen länger ist echt zeit dass wir den scheiß donner abstellen der nervt wie die hölle leider sind alle klinisch tot ich brauche gar nicht dafür also miss cat power hat auf jeden fall jetzt schon die hände über den kopf zusammengeschlagen warum eigene teammitglieder so einfach nicht am leben sind und warum völlig zurecht ja und warum darf ich jetzt hier diese kiste nicht einsammeln weil dafür schwer da drin sind ja 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 ich habe keinen fehler gemacht ich wurde vom blitz gebrochen also ziel ja 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 so ich wurde vom blitz getroffen und deswegen ist das ist der daily gefällt ich wollte nur sagen so 10 es ist ok das ist das wo ich hochfliegen muss quasi das ist das das ist das Das war's für heute. abgeschlossen das ist schon mal sehr weit weg wieder da die wunderschöne immer mit weil in der schule kann man immer gebrauchen weil es was der nächste hält braucht den wir leben wollen von daher nehmen wir es halt Okay. Okay. aus vernichtung zweimal was schon da es gibt noch keine Ahnung wir holen uns da noch grad und schon so weit geflogen so weit gefolgt sind super das hat er jetzt alles gebracht einfach mal eine kiste ist auch okay letztes daily warten auf eigene gefahr ok mitten auf dem meer die dinger muss auf jeden fall auch noch alle einsammeln aber auf jeden fall auch noch einiges für uns so so das ist ja ein schwieriger auftrag fertig okay wir können noch beide freischalten oder noel ist ja nicht egal wie wir freischalten wir haben jetzt wirklich viele die müssen wir alle noch machen 1 2 3 4 das hier ist doppelt so 6 7 die müssen wir alle noch machen irgendwann irgendwann müssen wir die noch machen sie gibt vier gegner mit reaktionen schmelzen innerhalb von zwei sekunden habe anscheinend geschafft das große fest mal der adept nahe halten also so free games nämlich sehr gerne ankündigen noch lesen ich weiß nicht warum der sound thema so extrem laut ist leider ich kann es leider nicht ändern hier gab es gar nichts neues danke für nichts danke für nichts das müssen wir auch noch machen stimmt das machen wir jetzt auch zuerst irgendwas es ich weiß nicht